Hier, Actionfilme, Katzenhaare, Ballerspiele, Krümel, alte Chipstüte so, vertrocknete Blume, hier guck, guck, Comics, 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 drei Comics hab ich, sehr dickes Buch, Staub, Hanteln, Flyer vom Pizzaladen, leerer Schuhkarton, aber nicht aufmachen bitte, ja. Zeig, was du liebst, egal was es ist, im Kallax-Regal. Jetzt in deinem IKEA-Einrichtungshaus und auf ikea.de